War das ne Fliege? Hat mich gerade einer mit Styropor beworfen? Ich bin Ziegenmensch, lass mich. Es geht win! Ne-ne-ne-ne, ne-ne-ne Mixer, los! Ararem! Ganz ähnlich wie ich hab bei den Leuten echt immer das Gefühl, Die schlagen einmal ihren Schädel auf die Tastatur und nehmen das dann. Beziehungsweise setzen vorne den ersten Buchstaben noch in groß, damit es nach was aussieht. Der eine ist ein Twilight-Fan. Bis Sektor. Wieso, wie heißt der denn, Mama? Bis Sektor. Bis zum Sektor. Oh, komm. Mordekaiser. Redi durch. Allein. Ika-Kura. Schau dir mal am Anfang so schnell wie möglich ein vampirisches Zepter, einfach damit du dich auch mit deinem Autotext heilst. Ist sogar eine gute Idee. Ich glaube, ich fange mit Vampir-Zepter an. Also Boots und Vampir-Zepter. Mach ich gern mal auf AD-Carries. Entweder das oder zwei oder drei Dolans-Penisse. Wenn du das machst, hole ich mir in der Zeit, in der Zeit, wo du das machst, hole ich mir die ersten Blätter. Bauteile für meinen letzten Atemzug. Du willst so früh deinen letzten Atemzug. Nee, du brauchst erst AD, bevor du den letzten Atemzug... Erst Schaden, dann die Durchdringung. Ah, dann mach ich eben auch irgendwie... Dir bringt kein... Dir bringt es nichts, was zu durchdringen, wenn du nichts hast, womit du durchdringst. Kapierst du das? Ja. Du kommst nicht... Ist im Grunde dieselbe Regel wie mit dem Attack-Speed. Was bringt dir der schnellste Attack-Speed, wenn du keinen Schaden da drin machst? Es sei denn, du heißt... Ich. Grüße. Das beste Schnelljahr. Ach, wir sind hier oben. Na. Geht mir anziehen. Ich möchte ein paar Schuhe. Voll verrafft, dass ich ja am Anfang alle meine Fähigkeiten habe. Ich habe zuerst überlegt, so... Oh, ich habe aus Versehen vier Pots gekauft. Egal. Passt. Pots gekauft, weil ich es wollte. So, und ich werde meinen Essence-Flux auch mal auf Shadow gleich benutzen, damit er auch mehr Attack-Speed hat. Für mehr Marks. Ich schieße da auf jeden Fall gleich mal so einen dummen Pfeil rein. Warte mal, ich habe auch noch meinen Schleuläscher. Ich bin so weit vorne, weil, äh... Oh, ist keiner drin? Dann übernehmen wir das Ding hier. Und ficken wir. Dann übernehmen wir das Ding. Dann übernehmen wir das Büschlein. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Na, na, fai. Oh, oh, Nico geht rein. Okay, na, na, fai. Nico ist going ham! 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 Oh, mein Gott, Ponyo! Ponyo, 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 Ponyo! Fucking Ponyo! Fucking Ponyo, I will eat your soul! Ah, jetzt sind da das Vision, bei Tidakam. Oh. Ah, fuck, wo bin ich? Ich seh mich gleich, oh mein Gott! Fuck! Ich seh mich nicht. Ah! Oh, der Nauti. Und... Hopp! Ah! Der Nauti als Tank, ey, der ist so low. Fuck, Balls! Problem ist, jetzt hab ich... Oh, ich will den Nauti snipen. Ich will den Nauti snippen, aber mein Dings ist auf Cool Snip. Cool Snippen. Ja, cool snippen. Jetzt kann ich nicht snippen. Und bis ich wieder kann, äh, ist scheiße. Oh, ich muss jetzt daran denken, ich bin Sivir und nicht esse. Wow. Festgeplubbelt. Wie die Tanks gerade diejenigen sind, die am wenigsten Health haben. Ja, leider. Ja, äh, ne. Banane. Treffer! Hier, ah, fuck, kein Mana. Hm, so. Wow, ich lastete gerade wie eine Banane. Wum! Wum! Mundo! Let's fight like gentle. Was mich erinnert... Sehr gut, Vivi. Sehr gut! Voll das Airpac weggeklaut. Die Airpac sind jetzt da, also... Äh, Nana könnte sich dann, glaube ich, heilen. Eben, also müsste sie nur einmal zurück. Wär cool. Die sind an sich alle so fucking low. Ja, Problem ist, wenn wir jetzt reingehen, äh, unterm Tower, wär' dumm. Nein, nicht klar. Ich hab' ich, äh, gesnared von der, äh, von der Zyra und dann war's das. Hm. Oh, ich hab' den, ich hab' den Mundo schon wieder angeboostet, ey. Ich hab' das First Blood an den, äh, Firmats zu geben. Ich auch nicht. Denkst du ich? Oh, die, oh. Bringt ihnen ihr Ende. Dann ist nämlich Ende. Wir sind noch eine... Oh, er kommt noch die... Yes! Hab ihn! Going! Going voll Schinken! Nö, nö. Nice. Leona haut drauf. Leona... Oh, die Vayne, die Vayne, die Vayne! Die Zyra! Und... Nein! Fuck! F HQ. Problem ist, jetzt, äh, hab' ich, äh, Scheiße. Ähm, oh, darf ich das? Oh, ne, ach, was... Sorry, ich wollt's einfach nicht, dass die sich da... Ich wollt' das einfach aus, äh, Grund. Ja, ich hätte's gern'n gehabt wegen Mana. Warte mal, nimm ich mir das hier hinten. Es gibt keine Erlösung. So, ähm... Leider. Ah, die Zyra und die Vayne, ey. Nom, nom, nom. Boah, ich lastete gerade wie ne Banane. Eini, hinten ist ein Healthpack. Hä? Hinten ist ein Healthpack, meint sie. So. Zack. Schnitzel, Huber! Aufwärts, dass jetzt jemand stirbt? Ich tue, was ich tun muss. Er tut, was er tun muss. Also, ich will die Vayne. Auf jeden Fall will ich die Vayne. Ja, die will ich auch tot sehen. Ich will die nämlich nicht am Leben sehen. Oh, got' Ult. Oh, ich hab' meine Ulti, Leute. I got my A2. Ah, that means no. Fucking Leona! Nein! Ulti! Don't focus on Mundo! When you focus on Mundo, it's not nice. Und ich bin... Ah! Juke! Ah, halt! Oh, 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 ich muss einkaufen. Oh mein Gott, ich kann nicht. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, warum kann ich meine Ulti nicht benutzen, weil ich sie nicht geskillt hab! Nein! Du sch... Und ich hab potzig, Idiot. Was mach' ich denn hier? Ja, hol dir doch das Helf-Fleck einfach, damit du mehr als 100 Helf hast. Ach, das da! Ja, jetzt kann ich das machen. Oh mein Gott! Oh, der Mundo. Das Mundo. Der Mundo. Oh fuck, 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 fuck. Ich tue, was ich tun muss. Entschuldigt... Entschuldigt... Entschuldigt, wenn ich ein bisschen hinten bleibe. ja ich eigentlich auch aber lasst mir ein paar minions ich halte mich an den hoch leweil sterben wer von dem macht gerade so bah fack wow banane Wecke Bananert Off Ich verhaue aber auch gerade alles Oh cool, da war eine Welle Das ist die perfekte Welle Und ja Fag Aber okay Ne, ich möchte ein Blade of the Ruined Derp Derp Kaiser, Derp Kaiser Jetzt habe ich nämlich schon Insta-Mind Blade of the Ruined Ferb Ich stehe ernsthaft nur 1 1 7 Ernsthaft? Ah, holy fuck Die Kills decken auf Leona, what the Nevermind Denkt an Limundo, ich Limundo Ah, endlich mal tot Oh oh, was, 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 was Ja Wo waren wir alle Wir waren alle tot Wo waren wir denn alle tot? Mich hat die Dings Ähm Verschreift Mich hat die Nami erwischt Da hast du wohl geacet Schon wieder Oh wow Na komm Na komm Ja Irgendwas Mundo Nein Irgendwas Mundo Nein Yes Hä Zu nah am Tower gewesen Ach scheiße Was hältst du jetzt überhaupt Was Wow Oh Oh Die Nami, Alter, das ist nicht wahr Alter, ich kann da nicht mehr raus Oh komm schon Leona, fuck you Oh Wieso gehst du da rein Ich hab gedacht Leona tut mal was Endlich Anstatt mal nur Kills zu stehlen Er steht doch gar keine Kills Natürlich, der hat schon zig Kills von mir Der hat sechs Stück Naja, aber die meisten hat er doch für sich selbst verdient, oder? Verdammt Er ist Leona, er braucht das nicht Er kann keinen Schaden drücken Ja, aber je mehr er aushält, desto besser für uns Nee, wenn der, wenn der Damage stirbt, dann können wir nicht gegendrücken Aber er kann uns wenigstens den Damage von den anderen abhalten Kann er eben nicht Was hätte er eben gerade getan? Oh fuck, wieso rennt hier rein? Oh man, ich hab schon wie auf Esse geguckt, sorry Oh man Pack mal bitte ein Schild auf Esse nach dem Motto Nicht Vivi Oder sowas So ein dummer Scheiß Ich kann nichts Wieder nur ein Assist Oh, komm, the fuck on Ich wusste nicht, dass mein Crew so viel stehlen macht Sorry Und die krieg ich nicht Na endlich So Ich hab mich aber auch extra weggedrückt, damit ich da nichts mehr reinhaufe Super, da kann ich nicht Jetzt bräuchte man deine Ulti So Full Damage Und Wow Wow Sehr schön Fuck you Dumme Frau, du Die hol' ich mir noch Wow Oh Das ist fies Ich glaub' ich hol' mir mal eine Blutkriege als nächstes Ah, fuck's Double Shit Ah, gib mir die Oh Ah, die sind jetzt alle in den Büschen da Meine Ulti ist gleich already Gibt's da irgendwas, was ich... Die Nami kann ich gleich angreifen Oh ja Es fliegt gleich... Es fliegt gleich eine Bananen über die Lane Pfff Du musst nur wissen, wo sie ist Neul, was macht der Nauti da? Der Nauti glitscht Ja, der macht voll den... Er macht den Neee Auf die... Auf die... Äh... Ich hab' die Zyra, aber... Wow Wow Okay, ich wusste nicht, dass die Zyra da noch so'n Scheiß drauf macht Ihr kommt nicht vorbei Nein, okay, das könnt ihr haben Wow Ey, wollt ihr mit'n Fleisch auf den Nacken machen? Hier wollte ich nur krauen, Andy Kraulen Nur mal so, dein... Der Tower ist aber fast tot, ne? So, äh... Verlass dich nicht zu sehr auf den Ich hab'n... Ich hab'n Teleport Ah ja, stimmt, ja Na komm Deine Textilie ist erwischt Aber deren Tower ist auch total niedrig, das kriegen wir hin So, ich hab' auch wieder meine Ulti ready, das heißt, wenn wir gleich reingehen, dann kriegt ihr voll Power und so Haut sie weg! Aide of the King auf Mundo Vergiss es nicht So, kommt, Leute, haut den Tower ein Bwäaahhhhhh Hh 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 Oh oh Zack Wow Richtig und Tod Ich hol mir noch Rüstung Richtung, sorry, aber das Alter Mehr Rüstungsdurchdrehung Mehr fucking Rüstungsdurchdrehung Ein Beil Ich hol mir jetzt ein Beil Ein Beil Den Attack Speed habe ich jetzt, freue ich nur noch ein Beil Den anderen nicht so nach rein Du Nico 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 macht Dauer Kann er auch Fuck nur den Auti Fuck nur den Auti Dann kill you, I'm gonna kill you, I'm gonna kill you Nice Naaaaaah Okay, jetzt kommen wir die super Buffs wieder Ohm schon Und Power on So, ich wei mal den Tauer kaputt Ach aber, ich mache mal den Tauer kaputt Aber Donkey Kong Five Get ready for a tower drive Richtig ist nicht erledigt Alter Hing, 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 laufe, 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 laufe. Ich kann das, ich kann das, ich schaff das schon, ich schaff das schon, choo choo! Los, kleine Lokomotive! Meine kleine Lokomotive! Oh Gott sei... BAH! Voll ins Gesicht! Hast du mir grad ein Beil ins Gesicht geworfen, du Arschloch! Hat dieser Penner mir grad ein Beil ins Gesicht geworfen? Oh, fuck! Als mich die Welle nicht getroffen hat, war... Egal. Ich bin eh tot. Wow! Aber... Ist dein Q einfach nur schaden? Es gibt keine Katzen in Amerika und der Käse wächst an den Bäumen. Ja egal, lass den Tower dort noch nennen. We nennen! Hast Support wieder in zwei Sekunden von... Nee, von... Jetzt sind alle wieder da. Ja. ULTIBANANE! ULTIBANANE! Wow! Dead Nami. Dead fucking Nami. Jetzt will ich auch einen letzten Atemzug. Jetzt will ich auch nochmal atmen. Take a deep breath! Häääääääääääähä! trois autre Halt? Oh, da läuft! Aah, laug ich weg da-! Oh, fuck! What up? Och, du bist tot? Noch nicht. H golpe nicht! Aber... Fuck! Oh, gib mir mein Kuh, bitte, gib mir mein Kuh, gib mir mein Kuh. Ah, da jukes. Aktiv vom Blade of the Rune. Hab ich. Oh, egal. Du hast eine Doppeltötung. Sehr gut. Die sind weggelaufen, das ist gut. Ja, irgendwie, aber die Zyra hat hingekriegt, das ist das Problem. Das gefällt mir nicht, dass die Zyra den hat. Egal. Nein, das ist nicht gut. Nein, nein, wir machen das jetzt. Haben wir den Tower über... Ja, wir haben den Tower, sehr schön. Der hat sich ja extra kaputt gemacht. Weil mich das genervt hat, dass wir den nicht kaputt gemacht haben die ganze Zeit. Alter, mach die Schaden! Ja, das ist AP, Zyra. Willkommen in der Hölle. Oh, jetzt bloß nicht die... Bloß, Leona! Hilf, Leona! Waaaaa! Basta! Du rennst doch voll in die Welle rein, wie so'n Wellenbrecher. Everybody was surfing! Surfing, you were surfing! Surfing, you were gay! Oh, gib da, das Relic, Andy! Das Relic, das Relic! Oh, Nana! Nana, Nana, great. Nana, just great. Nana, OP. Und die Teamplay, noch mal. So, okay, warte mal, ich brauch euch mal. Das... Nö, nö, just no. Just... Alles bei Ihnen, der Tank, und der haut ihn da gerade. Nö, das... Nö, 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 nö Die Namie ist zu Kubi tot. Ach, die ist tot. Ja, meine Passive ist ja dennoch toll. Pfff. The fuck. The load. Nevermind, ich bin tot. Ah, fuck. So, wie hab ich... Ja. Jetzt will ich den letzten Atemzug, jetzt will ich nur schreddern. Ja, PUSHED. PUSHED. Mach es. Lass den Geist von Nana und jetzt einfach volle Kanne drauf. Haut drauf, haut nur drauf. Tot. Einfach nur, nichts anderes folgen, nur den Tower. So, perfekt, jetzt können sie sich nämlich weg. Holisch. Nein. Zyra lebt wieder. Vayne lebt wieder. Ja, aber wir haben Super Minions. Also... Ja. Wow, wenn Nico nicht so balls deep gehen würde... Pfff. Man hört sogar von, äh... von Mundo so'n... So'n Pfff. Ich will hier nicht stehen. Endlich auch nicht. Sehen wir alle abhauen? Hilfe! Ja, hallo? Das... Warum sollten wir das hier fighten? Mit vier Leuten, das wär' dumm. Äh, äh, fünf bitte, ja? Ja, jetzt bist du da, hallo? Äh, Shadow, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du da so... dranbleht. Ja, ja, ja. Pick that now, V. Wow! Da ist ein Shadow da. Ja, Problem ist, äh... Wow! Holy shit! So sch... Was hat mich denn so schnell gekillt? Mörder. Oh fuck! Ja... I got stuff. Jetzt hab ich nen letzten Atemzug. Das ist was Tolles. Hol' ich mir auch gleich. Hol' ich mir auch gleich? Hol' ich mir auch gleich? Hol' ich mir auch gleich? Hast' mir voll nachgemacht, ey! Bibi! Stay to tower! Bibi! Ich hab' sie nur verschreckt! Pfff! 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 Du... Du hast weniger als ein drittes Leben! Und dann hast' auch... Pfff! Ich hab' ich... Entschuldigung, ich hab' zwar wenig Leben, aber ich mach' Schaden wie Sau! Du bist in einem Schlag tot! Da kommt die Nami, einmal macht ein Wassergefängnis, du bist tot! Ist' einfach weg! Vor' allem, sie macht zwar mehr Schaden als ich, aber trotzdem... Merp! Und allein! Sag' ihnen, ich hab' es... Wieso macht sie mehr Schaden als ich? Achso, okay, gut! Siehste? Siehste? Ich halt' jetzt... Aber trotzdem mach' ich mehr Schaden! Besonders jetzt! Boah! So! Krieg' meinen Text... Pfff! Weißt du mal mehr Text-Speed-Buff aus! Das Skill-Shadow! Los, Leute! Los, Leute! Los, Leute! Los, Leute! Ach, schon wieder so'n Toter! Ja, na, na! Ich bin in einer Stunde da! Hau auf, Hau auf, Hau auf, Hau auf! Äh, ich muss erst mal aus Tower-Range raus, und dann können wir weiterreden über solche Geschichten! Nein! Die fucking Welle! Ich bin zwar ein Hawaii-Ader, aber so sehr mag ich das Meer auch nicht! Ich renn' mal zurück, Merp! Warst du überhaupt da? Ja, ich war fast da! Fast! Fast! Ich war fast da! So, ich glaub', dass ich... Ich kauf' das zwar völlig falsch jetzt noch, aber ich hol mir jetzt noch ne Infel... Bitch! Ist doch viel zu spät, aber egal! Ich hab'n Schleier der Todesfee! Den Schaden... Ich hab' mir'n Schleier der Todesfee geholt! Ich weiß nicht warum, mir war danach! Kommt schnell wieder! Ja, ich bin auch gleich wieder da! Wie steht'n die Vayne? Die macht mir... 13, okay, gut! Nix für ungut! Die Nami macht mir so am meisten Sorgen! Nami und Zyra! Ja! Ja! Alter! Nein! Sehr gut rausgefokt, die Frau! Auf den Nobilos! Woah! Nami! Wenn ich Glück habe, dann hab' ich in meinem nächsten Doja-Tru mein Bittersidio gekostet... Oh, komm schon! Was? Was? Fuck you! Fuck you! Das hier hat dich angespuckt! Alte dumme Fotzen im Arm! Mach Tower! Yuda Tower! Hättest gar nicht auf den Mundo gehen sollen. Sorry, aber deine Attack-Animation sieht so'n Panne aus, Shadow. Fertig! Fertig! Mach doch noch den Nexus! Ist doch scheißegal, wer da rumrennt! Niko hält die auf und macht den Nexus! Nein! Well, you're dead. Auf den Nexus! I do what I could! Los, los, komm jetzt! Nooo! Der Nibi läuft wieder! Der Nibi läuft wieder! Wir können da jetzt nichts tun! Wir können da nichts tun! Okay, aber die, ich will noch das Halfpack an dem hier. Die kommen nämlich gleich hier hoch, ohnehin. Knows it, dude! Knows it! Thanks, Inhip! Wir fand's so grad hart geil, wie ich... Niko einfach so den Kill so einfach so... Denied! Denied! I love you, Inhip! I love you, Inhip! Oh mein Gott! Scheiße! Komm, das machen wir, North! Wir müssen... We need the power! Power of Earth! Erledigt! Better love stories than try life! Oh fuck, wir haben ja gar kein Tower mehr hier vorne! Damn shit! Ah! So! Wow! Oh fuck, ich mach... Was? Habe ich zu euch zu viel LIFESTEAL, YOU BITCHES! Was?! Was? Oh, was du heute f***! Ah! 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 Oh, komm schon! Komm schon! Ah! 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 Nexus! Just Nexus! Don't do anything else! Just! Ich versuch's ja! Und geh auf Nami! Nami Pooh! YES!!!! Hahahaha! Leroy Jenkins!!! Oh man! Nun gibt es bei mir das Internet abgeschissen! Was hab ich mich verfallen? Gewonnen! Katsu Herat, das Spiel verlassen! Na toll, jetzt kriege ich keinen richtigen Sieg, ganz toll.